Herzlich Willkommen zu unserem nächsten Geo-Fit-Kick-Programm, Part Nr. 29. Bis jetzt, heute habe ich die zwei schönsten Damen mit, zum einen meine Frau Martina. Hallo! Und zum anderen meine Tochter Tamara. Wir haben gesagt, wir machen das heute zu dritt, um euch und dich noch besser zu motivieren. Was brauchst du heute? Entweder ein Terrapant, deinen Medizinball oder vielleicht zwei Gewichte, wie auch immer. Ich bin überzeugt, in den vergangenen 30 Trainings, die du gemacht hast, hast du vielleicht Kettle-Bads zugelegt, wie auch immer. Hol bitte deine Grip-Band, wir starten in Kürze und wir wünschen uns viel, viel Schwitzen. Bis gleich. Okay, wie ist es? Bereits? Ja. Okay, gut. Wir gehen einmal ganz locker. Wie war deine Aufwände? Gut? Wie war eures? Gut. Ah! Feiertag, ne? Der schöne Feiertag. Auch am Feiertag wird trainiert. Schöne Hammer mit. Okay, und wir fangen ganz locker an zu laufen. Du hast deine Arme mitschwingen. Genau. Du siehst im Hintergrund unser schönes Haschive-Zeichen. Es dauert nicht mehr lange. Die T-Shirts sind schon in Produktion. Die Westen, die Hoodies, Medizinballen, Bälle. Alles wirst du in Zukunft die Maschine bekommen. Hab noch etwas Geduld. Und los geht's. Ah, da zieht sich schon wieder aus. Wird schon warm. Ja. 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 Okay, sehr gut. Gut, jetzt, du gehst ganz locker weiter und gleichzeitig Finger auf zu, deine Hände fest zusammendrücken und öffnen. Gut, sehr gut, nach vorne, wieder zur Seite. Wieder nach oben, ja, das ist immer schön, wenn die Hände dann und die Unterarme schon ein bisschen anfangen zu quitschen. Wie geht's heute, Mädels? Gut. Ja, das habe ich Ihnen eingetreten, was Sie das heute sagen, was sollen Sie sonst sagen, ja? Und einmal nach vorne, okay, auslockern, wunderbar. Jetzt nehmen wir wieder unser Seil und wir ziehen uns. Los geht's. Nimm deinen ganzen Körper mit, ja? Wir gehen zur rechten Seite. Wir gehen zur linken, los geht's. Yes, gut, nach vorne. Ja, was soll ich anders sagen, ne? Hop, 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 hop. Jawohl. Und jetzt schon oben. Sehr gut. Gut, gut, auslockern. Für unsere Waden, eins, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, dreißig. Und einmal noch, zwei, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Yes, und wir springen mit unserer imaginären Spring-Schnur. Perfekt. Spring-Schnur kann ich euch ernstens empfehlen. Sehr gute Übung, Koordination und gleichzeitig Kondition. Gut Schmarrfirmen, gut für Grundlagenausdauer, also, kostet nichts. Möchtest du die Deckenladen? Ja. Okay, rechtes Bein. Spürst du es in die Waden? Schon. Sehr gut, dann haben wir alles richtig gemacht. Linkes Bein. Und jetzt rechts-links. Ich kümmer mich kurz um die Musik, ich mache es weiter. Und vielleicht eventuell um das Fenster. Oh ja, super. So tut die, danke. Und ich bin wieder da. Okay, spring schon weg. Sehr gut, locker. Gerade Fauststoß nach vorne. Bewege deinen Körper, bewege deine Hüfte und lege immer die schützende Faust an deinem Gesicht. Und wir gehen zu den Schwingern. Und links, rechts, links, rechts, links, rechts, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Elbbogen ist schön oben und gerade. Und deine Hüfte, 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 Hüfte. Jawohl. Sehr gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hopp, 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 hopp. Jawohl, gut machst du das. Und jetzt kommen die Schläge zur linken und zur rechten Seite. Ich zeige vor. Eins, zwei, eins, zwei. Und beginne deine Hüfte. Links, rechts, links, rechts, eins, zwei, eins, zwei. Hopp, hopp. Lege dich in den Schlag hinein. Hopp, 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 hopp. Ausatmen bei den Schlag. Jawohl, gut. Wir atmen immer aus beim Schlagen. Sehr gut, magst du das? Jetzt kommen wir zu unseren Upper Cuts. Wir schlagen von unten. 1, 2, 1, 2. Vorder nach oben. Hopp, 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 hopp. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Einmal noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Auslocker. Oh, gut. Bleib immer leicht in den Knien. Die Beine nicht durchstrecken. Ja, kreise mit deinen Armen. Das ist gut für deine Schulter. Und jetzt rückwärts. Hopp. Noch kleine kreise. Jawohl. Okay, gut. Jetzt, Hände sind oben. Wir gehen einmal nach links hinten, einmal nach rechts. und jetzt um. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Okay, gut ist, aufschlockern. Jetzt parallel die Beine. Einmal rechts, einmal links. Einmal rechts und links. Wir beginnen mit rechts. Und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, Hüfte. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Eins, zwei, drei, Hüfte. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, dreißig. Eins, super, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, vierzig. Einmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, fünfzig. Sehr gut. Und wir lockern wieder aus. Perfekt. Okay. Nächste Übung. Wir machen etwas für unseren Hintern. Und dabei gehen wir in die Knie. Ich zeige die Übung vor. Knie zur Brust. Gestreckt nach hinten. Eins, nach hinten. Zwei, nach hinten. Ihr seid bereit? Und los geht's. Beine hinten wegstrecken. Und eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Beine ausgestreckt lassen. Ich zeige vor. Anwinkeln, ausstrecken. Anwinkeln, ausstrecken. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Oh la la! Bam bam! Würd es Martina sagen? Bam bam! Bam bam! Wow! Du siehst, du forderst heute deinen Hintern, du forderst deine Beine. Es geht nicht ohne Schweiß. Du kommst ohne Schweiß nicht weiter. Außer du gehst heute ins Internet, kaufst dir irgendwelche Bücher, wo drinsteckst, welche Pulver du mimst, und dann bist du in sechs Monaten kaputt. Wir machen das anders. Wir schwitzen. Wir schwitzen, wir ernähren uns gut und wir haben eine wichtige Einstellung. Nur so wirst du an den Ziel kommen. Mach weiter. Wir haben jetzt die rechte Seite gehabt, wir machen jetzt die linke Seite. Und genauso mit viel Motivation wie gerade auf der rechten Seite. Erste Übung zur Brust und nach hinten wegstrecken. Ihr seid bereit? Ja. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sehr gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wir lassen das Bein oben, niemand darf absetzen. Sonst gibt es zehn zusätzliche. Und jetzt anlinkeln. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, dreißig. Und wir gehen seitlich. Und wir gehen seitlich. Wir haben es gleich. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, dreißig. Sehr gut. Super. Perfekt. Das hast du sehr gut gemacht. Als Belohnung darfst du dich jetzt setzen. Als zweite Belohnung darfst du dich nach hinten liegen. Deine Arme sind ausgestreckt. Du gehst einmal links, zurück, rechts, zurück. Aber geh schön nach vorne. Und wichtig ist, lass deine Füße am Boden. Das ist wichtig. Mach etwas für deinen Bauch. Du bist bereit? Beginnen wir mit links, meinen Armen. Yes. Okay. Dann drehe ich mich so. Ihr bleibt so. Das ist gut. Zumindest sehe ich, ob du da hinschummelt. Ja, ja. Ich meine dich. Ja, genau. Mit dem T-Shirt. Ja, super. Okay. Perfekt. Geh ein bisschen weiter weg vom Fernsehen. Toll. Und übrigens, du siehst toll als heute. Also, ich hoffe jetzt einfach nicht, meine zwei Damen. Aber ho, wirklich. Ganz großes Kompliment. Und los geht's. Und links. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und immer recht weg. Neun. Zehn. Eins. Dein Bauch. Komm. Zwei. Drei. Vier. Zwei. Fünf. Zehn. Vier. Neun. Zwei. Vier. Zwei. 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 Acht, neun und dreißig. Sehr gut. Okay, nächste Übung. Du legst dich nach hinten. Entspannungsübung. Dann möchte ich, dass du deine Finger hier auflegst und jetzt mit den Schultern weg gibst. Und los geht's. Komm hoch mit den Schultern. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Bleiben oben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, dreißig. Einen noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, vierzig. Bam! Und jetzt sage ich dir was. Du hast ja absolut jetzt eine Entspannung verdient. Wir legen unseren Bauch. Aus. Okay, unser Plank. Du bist bereit. Fünf, vier, drei, zwei, eins, go. Das ist gut nach einer Bauchmuskulaturübung. Man spürt die Muskeln. Sehr gut. Nach dieser Entspannung machen wir eine Trinkenpause. Also, halb Geduld. Dann schmeckt das Trinken doppelt so gut. Noch zehn, dann haben wir eine Minute. Mach weiter. Denk an was Schönes. Wir haben ja schon eine Minute und 30 Sekunden. Wie geht's auch, meine Damen? Sehr gut. Es ist ruhig geworden. Noch zehn Sekunden. Dann haben wir es geschafft. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay. Sehr gut. Perfekt. Das waren 120 Sekunden. Kurze, fünf, 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 vier, zwei, zwei, was wir machen. Tja, das war's. Oh, okay. Okay, wir kommen wieder langsam zurück. Ich mache wieder einen kurzen Blick auf die Uhr. Oh la la, wir haben über 25 Minuten. Das ist sehr gut. Und es geht weiter mit dem zweiten Teil. Ich weiß nicht, ob du das im Video erkennen kannst. Bei mir sind auf jeden Fall schon sehr viele Wassertröpfchen. Unsere Decke ist dicht. Das ist wirklich tatsächlich von mir. Das heißt, Mädels, spitzst du auch? Am Körper natürlich. Am Körper, sehr gut. Jetzt bitte brauchst du deine Gerichte. Wir haben uns heute so geeinigt, damit du siehst, was man auch alles mit Thera-Band bzw. Gymnastik-Band machen kann. Martina und Tamara haben jeweils ein Band. Ich habe mir meine 5-Kilo-Scheiben wieder hergerichtet, damit ich links und rechts gleichzeitig meine Arme bzw. Schultern etc. belasten möchte. Okay, erste Übung. Wir beginnen gleich mit einer ganz tollen Übung, die persönlich ich sehr gerne habe. Das ist die äußere Schulter. Bleiben die Knie nach vorgebeugt und dann seitlich die Arme nach oben. Willst du es jetzt ein, zu weit? Nein. Okay. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Entschuldigung, zwanzig. Wir bleiben bei der Schulter. Jetzt bitte nach vorne. Okay. Ihr könnt genau, wenn ihr draufsteckt und jetzt sind es auf Zug, die Hände umdrehen. Genau. Sehr gut. Auf Zug gehen und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, und zwanzig. Sehr gut. Oh, jetzt ist die Schulter schon gut, ne? Wir kommen zum Bizeps. Bizeps. Versuch wirklich nur mit den Unterarmen seitlich nach oben. Meine Damen, meine Damen und Herren, seid ihr bereit? Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, und zwanzig. Sehr gut. So, wir kniehen uns ab. Für euch ist es für euch, diejenigen, die ein Teraband haben, ist es einfacher. Man kann jetzt das Teraband hinten beim Lister entspannen und wir ziehen jetzt nach hinten oben. Übung für den Trizeps. Du bist bereit? Meine Damen, alles gut? Ja. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sehr gut. Jetzt wieder weg. Jetzt fordere ich dich heraus. Heute wird es richtig schlimm. Schlimm meine ich jetzt, als lass ich dir wirklich deine Muskeln wachsen, dein Fett verbrennen. Zieh es einfach durch. Wir haben es wirklich bald geschafft. So, folgende Übung. Wir machen einen Liegestütz. Und eins und zwei. Und heute wird deine Schulter und deine Arme, sie werden schreien nach Sauerstoff, sie werden schreien nach Nahrung. Und sie sagen, danke, 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 dass du mich so genützt. Noch nie habe ich dich so liegen geholt. Du bist bereit? Wir schaffen das. Und los geht's. Eins. Eins. Zwei. Und eins, zwei, eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wir machen immer mal vier. Und eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Wir machen fünf. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun, acht, neun, zehn, eins, zwei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, eins, zwei, drei, vier. Das sind nur deine Arme, die nach oben gehen. Wir machen sieben. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Sehr gut. Sehr gut. Wir machen acht. Super. Weit haben wir's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Perfekt. Perfekt. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, dreißig, eins, zwei. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, dreißig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, dreißig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, vierzehn. Groß, sehr gut. So, und jetzt kommt die Überraschung. Die Überraschung vom heutigen Training ist, wie stark ist dein innerer Schweinehund? Okay? Wir legen einen drauf. Elf Liegestütz und vierundvierzig Mal. Los! Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, dreißig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, vierzig. Eins, zwei, drei, vier. Perfekt. Perfekt. So, zur Entspannung darfst du dich wieder setzen. Wie geht's euch, meine Damen? Gut. Sehr, sehr gut. Wir legen uns zur Seite. Eine ganz gemütliche Übung. Okay, ich liege auf meiner rechten Schulter, deswegen meine rechte Hand auf meine Hüfte. die Linke hinter dem Kopf und jetzt geh mit dem Körper. Zieh bitte nicht dein Genick nach vorne, sondern leg einfach nur die Hand nach hinten und arbeite mit deinem Oberkörper. Seid ihr bereit? Ja. Und eins, zwei, so weit es geht, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, dreißig. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, vierzehn. Geldgasse, wir wechseln. Ich sehe, ihr seid heute in guter Form. Ja. Training 29. Hey, das kann was. Du bist bereit. Du legst jetzt auf deiner linken Schulter, beziehungsweise auf deiner anderen, entschuldigung, ich verliere da meine Hose. Links, links. Rechne, Hannes, hinten, Kopf. Du bist bereit? Ja. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, dreißig. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, vierzehn. Yes. Gut. Du kniehst dich hin. Oh la la la. Ich sehe schon, deine Zeit wird immer schneller. Brust gewachsen, Fett verbrennt. Das ist wirklich unser ultimatives Jiu-Jitsu Fit Kick. Das ist wirklich für dich und für uns. Wir kommen schon langsam zum Schluss. Ich möchte, dass du dein Gewicht wieder nimmst, beziehungsweise... Okay. Meine Damen, holt ihr euch bitte eine 5-Kilo-Scheibe. Ihr braucht jetzt kein Teraband, sondern ein Gewicht. Genau. Einfach aufheben und runterziehen nochmal. Okay. Hätte ich schon vormachen können. Genau, jeweils eine Scheibe. Perfekt. Ich sehe meine Mädels dann heute so gut drauf, wir brauchen mehr Gewichte. Deswegen, wir machen Auswahlschritte mit Gewicht. Ja. Ich zeige das von der Seite vor. Ihr holt jetzt eine Scheibe in der Hand. Wenn ihr da vorne, einmal links oder einmal rechte Hand wichtig ist, untersucht. Genau. Das Oberkörper aufrecht und wieder zurück. Okay? Okay. Seid ihr bereit? Ja. Wir beginnen alle mit dem rechten Bein. Und los geht's. Und eins zurück. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sehr gut. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. Wir hören jetzt auf. Das war's nicht. Jetzt schaltest du weg. Jetzt denkst du dir, hey, ich hab ja noch hergegangen. Absolut. Aber du brauchst noch deine Kraft. Nächste Übung. Diese Position. Ein bisschen breiter fährst du dir. Das ist umrückender Start. Wir gehen eins und jetzt hoch. Wieder hinunter und wieder jump nach oben. Ja, ja. Jetzt gehst du jetzt richtig los. Bereit? Ja. Und eins, jump, zwei, jump, drei, vier, fünf, sechs. Feder dich ab. Feder dich ab. Sieben, acht, neun, zehn, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwei, zwanzig. Meine Damen. Dankeschön. Das ist es. Dankeschön. Sehr gut. Gute Trinkpause. So, dann gehen wir schon zum Stretching Übung. Ich mache wieder einen Blick auf die Uhr. Wow. 45 Minuten Hardcore. Hör. Perfekt. Ich bin echt stolz auf dich. Top, top, top. So, ich wähle für uns kurz eine andere Musik. Vielleicht möchtest du das auch. Wie geht's dir? Wie geht's euch, Pius? Gut. Ja? Sehr schön. Glücklich. Ich bin motiviert. Ich bin motiviert. Ich bin motiviert. Tauben hoch. Das war ein sehr gutes Training. Wahnsinn. Wir sind total stolz auf euch. Perfekt. Und wie geglaubt ihr? Und das sind keine leeren Worte, auch keine leeren Versprechungen. Versprecher, Versprechungen. Zwei bis dreimal in der Woche. Zweimal ein Jiu-Jitsu-Fit-Kick, zweimal ein gutes Jogging oder vielleicht ein bisschen ein Nordic-Walken, ein bisschen Astortraining und halbwegs eine gute, ausgewogene Ernährung. Und wir alle wissen, was ausgewogen heißt. Bitte vergesst jede Diät. Macht bitte keine Diäten. Ernährt euch ausgewogen und gesund. Macht viel, viel Bewegung. Und für mich, das Allerwichtigste, ist euer Mind, dein Geist, deine Einstellung. Ohne Einstellung wirst du dein Ziel nicht erreichen. Ohne gute Einstellung, ohne positive Denken. Deswegen schaut immer rein, abonniert meinen Kanal, empfiehlt es uns weiter. Martina, Damara und ich, wir machen das wirklich regelmäßig. Oder schaut bei uns vorbei, kommt zum Training, wie auch immer. Unter www.coachingscheifinger.at findet ihr unsere Homepage. Ihr findet es auch unter Hajime. Ihr könnt es uns leicht finden. Macht es mit. Und ihr werdet sehen, das Leben ist wirklich wunderschön. Ist auch ohne mich schön, um Gottes Willen. Es kommt immer noch an, was man was macht. Okay. Du stehst ganz tief und entspannt. Jetzt hebst du deine Schulter beim Einatmen. Und dann atmest du aus. Dann brauchst du dich wieder komplett zusammensacken. Du lässt alles hängen. Sehr gut. Vergiss dir deine Grätsche, dass du aus dein leichtes Sinn verspürst, die Hüfte bleibt vorne, jetzt nennst du deine linke Hand und greifst auf deinen Rücken. Mit der rechten greifst du auf den Ellbogen und jetzt drückst du deinen Ellbogen weit nach hinten und jetzt wirst du sehen, deine Schultern und deine Trizeps werden gut gedehnt und du bleibst in der Grätsche und atme ruhig weiter. Langsam entspannen. Sehr gut, dein Körper sagt Danke, jetzt nimmst du die rechte Hand, du greifst auf den Rücken, drückst mit der linken am Ellbogen und bleib schön aufrecht. Enspannen. Sehr gut, du gibst das doch so, dann lass deinen Sehen nach vorne zeigen. Sehr gut. Du siehst sehr spannend aus, toll, ich bin stolz auf dich, genau auf dich, sehr gut. Ich freue mich über dein Feedback, übrigens. Jetzt gehst du mit den Händen nach unten, jetzt entspannst du ein bisschen so genau, jetzt wandelst du mit deinen Fingern zur rechten Seite, greifst auf den Knöchel und versuchst jetzt mit beiden Händen auf dein Bein zu greifen. Jetzt ziehst du dich mit deinem Körper zu deinem Knie oder mit der Stirn zu deinem Schienbein. Mit beiden Händen aufgreifen. Langsam zurück. Ja, ganz langsam, jetzt gehst du wieder nach links, greifst wieder auf deine Beine. Und jetzt versuchst du wieder mit deiner Stirn vielleicht zu deinen Knöcheln zu kommen, so wie die Martina. Dann gehst du wieder langsam zurück. Sehr gut. Du bleibst so und entschließt langsam deine Beine. Und gehst du wieder nach links. Sehr, sehr gut. Jetzt für deine Beinbizeps, für deine Achillessehnenbaden. Jetzt gehst du langsam mit den Fingerspitzen Richtung Boden und bleibst, so weit du runterkommst und dann bleibst du. Und ruhig weiteratmen. Ganz locker. Die Beine bleiben natürlich durchgestreckt. Und dann gehst du wieder langsam zurück. Sehr gut. Auslockern. Okay, du nimmst dein Winkes Bein. Winklst es an. Greifst mit der zweiten Hand von hinten dazu. Jetzt schließt du Knie auf Knie. Und jetzt presst du fest deine Ferse aufs Gesäß. Und dann gehst du mit der Hüfte nach vorn. Und dann spürst du deinen Oberschenkel. Drück deine Hüfte nach vorn. Langsam entspannen. Gut. Dasselbe mit deinem rechten Bein. Und dann greifst du mit der zweiten Hand dazu. Wieder Knie an Knie. Vielleicht mit dem linken Knie leicht, leicht in die Knie gehen. Und jetzt zurück deine Hüfte wieder nach vorne. Und dann schließt du deine Hüfte wieder nach vorne. Und dann schließt du deine Füße an. Sohle an Sohle. Schau, dass du mit deinem Gesäß zu deinen Fersen kommst. Und jetzt mal ganz locker zu links und rechts. Oberkörper bleibt aufrecht. Halt dich doch schön fest bei deinen Beinen. Ja. Ruf deine Atmung durch. Sehr schön. Und jetzt kannst du deine Ellbogen in den Seiten von dem Knie. Und jetzt drück hinunter. Geh nach vorne mit deinem Körper. Aber drück fest an. Entspannen. Sehr gut. Ausdruckern. So. Letzte Übung. Jetzt möchte ich, dass du mit deinen Beinen nach oben gehst. Und dann über deinen Kopf schau, dass du mit deinen Füßen die Matte bzw. den Boden berührst. Genau wie loskommst du nach vorne. Und dann verharrst du hinten. Und atme ruhig weiter. Du beginnst die Beine ausstrecken. Und jetzt gehst du dann gleich langsam nach hinten. Du kannst deine Hände, wenn du möchtest, nach hinten gehen. Sehr gut. wh covetatrufen. Du kannst ihn dann auch arcen. Und dann über Hast du deine Handeln. Und da sind die Ballance. Das ist in der Welt. Nein. Dieals-lichenアufeld. Dann gehst du wieder langsam zurück. Sehr gut. Okay. Wow, das war es für heute. Das war es für heute. Ja, das kommt davon, weil ich so geredet beim Training. Aber so viel rede ich eigentlich gar nicht. Ich habe mir letztens ein Trainingsvideo angeschaut. Von einem sehr guten Trainer. Aber der hat dann so viel Basel, dass ich da drauf habe. Der hat schon wieder so viel geredet, wie mit dem KB. Aber der hat unser Prinzip, glaube ich, kopiert. Weil, wei. Chiuchi zu fit gekriegt kommt von uns. Also, steht da hinten ein Team. Wir haben den Start gehabt. Nein, wir machen das jetzt eigentlich wirklich. Seit 30 Jahren, wir haben einfach Elemente vom Chiuchi zu. Ganz einfach. Aber, ist egal. Er ist erfunden. Nein, die Schweizer waren es nicht. Danke. Danke, dass du dabei warst. Danke, Martina. Danke. Danke. Danke, Samara. Danke. Danke. Gracias. Heute, wie gesagt, für mich eine besondere Ehre. Mit zwei so hübschen Namen. Aber, ich glaube, das ist für dich gut. Du kannst immer schauen. Wie macht es Tamara, wie macht es Martina, wie macht es ich. Und dort, wo du gefallen findest? Nervo. Ja, dort machst du es dann mit. Okay. An dieser Stelle wünsche ich dir weiterhin ein gutes Training. Danke, dass du dabei bist. Danke, dass du noch immer so tatkräftig mit uns mittrainierst. Aber, ich bin überzeugt, du hast schon Erfolg. Mach Fotos von deinem Körper. Schmeiß die Waage aus dem Fenster. Die brauchst du nicht. Mach Fotos Woche für Woche. Und dann leg das auf und schau dir wirklich den Unterschied an. Ich bin überzeugt, dein Körper geht in die Richtung, wo du hingehen möchtest. Wenn das nicht der Fall ist, dann stimmt irgendwas nicht. Beziehungsweise, dann gib mir Bescheid. Weil, dann müssen wir der Sache auf den Grund gehen. Dann passt irgendwas nicht zu. Okay. An dieser Stelle. Wie immer. Halt gimme. Geck. Okay. Ciao. Tschüss. Tschüss.